ist sie nicht knuffig und die kleidchen ist zu kurz so dann los bei wem ist denn das kleid hier nicht zu kurz so dann machen wir uns auf eine lehrer auf der was heißt bibliotheker auf englisch oh nein was sieht sie da jetzt das hat so ein bisschen was von zwangsstörung oder stop it with these puns i beg you are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes er ist er gerade in urlaub um ist lisa not here at the moment surprising isn't it she went out i'm afraid it's just us you're looking for information except me i'm not here for information like you i came here for an abortive search for the librarian who is also my academia senior stimmt die beiden haben zusammen studiert oh so you studied in the same darshan as lisa that's right her mentor in sumer was also my benefactor we were both spontan students we came here to look for some information call a and i are investigating a prophecy and we were hoping you all might be able help ja wir sind in der bibliotheke was das eigentlich möglich sein was zu finden oh what sort of prophecy sprechen ein einwesen über die wir sind die wir gesammelt haben ja ich sehe ich wollte ask them about the flower that is not of this world and me about the one who would never lie genau so ist das aufgeteilt wenn sie sagt denke ich immer direkt an schien zu oder wie jetzt was jetzt die richtige aussprache würde ich kino sagen aber es war kein griecher er ist ägypter eike ja aber sein name ist griechisch du arsch du kannst auch mal war kannst auch auf die goldfarge legen sozusagen ja denkt dran wir haben kein griechenland hier wir haben auch keine wirkliche türkei hier aber trotzdem haben wir diese ganzen gerichte in sumeru sumeru ist irgendwie eine mischung aus ägypten indien dem nahen osten persien nahe osten ja und auch ein bisschen und ein bisschen ja und ein bisschen ja dschungel indien indien genau wenn er sagt ich sie dann nicht immer ich muss gar nicht mehr spiel ich muss gar nicht mehr spiel ich muss gar nicht mehr zeit und ich hatte auch keinen trieb gast weiter 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 ich muss gar nicht mehr spiel ich muss gar nicht mehr antworten wir sind hier um zu erzählen über die situation du kannst du deinen zeit um es zu denken und sowas alle dachten die du hast in rechnungsform zu der sucrose mailbox die sucrose mailbox Ja, ich war auf der Weg über das Gefühl. Und obwohl sie als schreckliche Fragen seien, gibt es viel zu überlegen, wenn man auf die Details geht. Eine kurze Antwort auf der Topf der Hände könnte nicht in genug Doppeln gehen. Stecken die Köpfe zusammen und... Nein, man steckt den Brief in ihren Schlitz. Ach, cringe. Das war der gut, war der gut, Alter. Wirst du? Schreibt jetzt in die Kommentare, ob der gut war. So, ich habe entschieden, eine Mailbox neben der Alchemy-Kraftwerke zu stellen. Jeder kann ihre schriftlichen Antworten dazu, wenn sie bereit sind. Ich glaube, wir verwickeln uns hier gerade in Details. Ich denke, in diesem Fall, wir können einfach mit deinem kurzen Antworten auf der Topf der Hände gehen. Sieht wie eine gute Lösung. Wahrscheinlich mehr reliable als eine verbale Diskussion allein. Entstanden. Wahrscheinlich, wenn es um zu beantworten, ob jemand ein Lüge oder nicht ist, kannst du nicht einfach sie auf ihre Worte nehmen. Er muss es ja wissen. Denk an diesen Sprecher zurück. Er wird nie wieder auftauchen. Du meinst den anderen, nicht ihn hier. Nein, den Sprecher von Tichnari. Tichnari. Tichnari, genau. Nein, Tichnari. So spricht man es aus, ja. Nein, überhaupt nicht. Ja, hat mich schon verstanden. Entstanden. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your Mailbox. Thank you all so much. Okay, let's take them off the list and carry on working our way down. Mm-hmm, already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Ja, negativ und negativ ergibt plus. Kann man sagen. Do you get the feeling that Kali's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Dann trifft sie auch mal andere Leute. Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? Willst du was sagen, Eike? Nee, ich hab gerade gesehen, dass, dass, dass Fickwock wieder was, wieder was gepostet hat. Dieser hat Shenkhö von den... Nein, 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 das wollen wir nicht wissen. Da sind wir, da sind wir vorsichtig, Eike. Schrecklicher Zeichner. Schrecklicher Zeichner. Mit übertriebenen Proportionen wahrscheinlich wieder? Was? Nein, aber halt mit... Es ist halt wirklich... Oha. Wird dir sowas empfohlen, oder bist du danach? Ja, das wurde mir empfohlen. Ich meine, das mit Garnio war ja schon schlimm genug. Ja. Kannst du mir deine Hörner geben? Brech mir das andere auch noch ab. Nach dem Motto, ja? Ähm, ja. Aber Dinge sind jetzt anders. Und für viele andere auch, ja. Wie Duniazar zum Beispiel. Kali ist ein sehr sensitives und introvertes Kind. Ich bin sicher, dass ihr das auch noch nicht mehr bemerkt habt, Albedo. Von der Zeit, als sie in meinem Geheimnis war, habe ich gesehen, dass sie eigentlich ein sehr lebhafter Charakter von Natur ist. Aber sie hatte einen sehr schweren Start in der Leben. Und es hat sie verändert. Haben wir alles in dem Manga sehen können, äh, nachlesen können, Eike, ne? So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just Pretexts? Ich sehe wieder einen Rechtschreibfehler, Eike. Oder? Oder, ist, ist du den? Ist Syed, Syed ein richtiges Wort? Dass ihr nach Mondstadt gekommen, Syed? Müsst ihr es nicht eher heißen, gekommen seid? Ja. Ah. Ich würde nicht sagen, dass. Both Kali und Genius Invocation TCG sind sehr wichtig für mich. Hat sich der Deutschunterricht eigentlich nicht gelohnt. Would it really kill you to just say yes in this situation? Nein, dann kann er keinen Flachwitz wieder bringen. Fine. Yes. We came out of concern for Kali. She's been back to Mondstadt of her own accord several times. But it has led to no significant improvement in her mood. Es ist aber auch sehr weit gegangen. Ich meine, von hier aus gesehen nach Sumuru ist es ja schon ziemlich weit. Oder? Well, it won't hurt, to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as your teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru-Scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru-Society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to Akademia. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one-turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Hmm, interesting. Ist dem so? I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship. Unaffected by academic considerations. Oh, oh, alle Schipper so, alle Schipper so, na. Soll ich jetzt hier etwa hier, äh, SpongeBob einblenden? Von wegen, wir sind wie Brüder. Nur mehr, nur noch stärker verbunden. Nein. Nein, okay. Aber ich meine damit, ich meine damit die Schipper. Ey, kannst du auch gleich mal den Dialog von Yula über Ember abspielen. So. Das kommt ja dann auch. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself. And it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? Na, Zyno, natürlich. Sieht man doch, nicht wahr? An den Haaren, steht man doch, an den Haaren. Let's not go down this rabbit hole, please. Genau, wir wollen nicht erklären oder sagen, wie alt die Charaktere in Genschen sind. In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kalei into this happy family to be your elder sister. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. Nach dem Abschied von Sachroso und Kalei. I guess we'll leave Kalei and Sucrose to it. Fingers crossed, all goes well for them. Now then, where should we go first? Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. Ja, rein zufälligerweise. Geh in die Nähe der Ankündigstafel von Mondstadt. Okay. Ja, Glück ist Motör... ...Kann ich nicht reden. Mondstadt ja nicht besonders groß. Voll gegen die Wand. ...ически nicht reden. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020